Daniel von Bührenstraße und Hansator in Richtung Überseestadt. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient werden. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Die Halterstellen Konsumismenstraße bis Iguatschofallee können erst auf der Rückfahrt bedient. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020